Billig, port-hässlich, fürs Portemonnaie viel zu groß und fürs Internet nicht zu gebrauchen, der alte Personalausweis. Doch jetzt gibt's endlich den neuen für 28,80 Euro. Der kostet zwar jetzt dreimal so viel wie der alte, hat dafür aber die neue Online-Ausweisfunktion. Wenn Sie vergessen haben, diese Funktion gleich freischalten zu lassen, kein Problem. Schnell nochmal zum Bürgeramt, für schlappe 6 Euro können Sie das nachholen. Um all die neuen Funktionen wirklich nutzen zu können, benötigen Sie natürlich ein sicheres Lesegerät. Das gibt es jetzt für nur 160 Euro. Und schon können Sie loslegen. Einfach das Gerät an den Computer anschließen und die dazugehörende Software installieren. Ach ja, da Sie jetzt Ihre ganz persönlichen Daten übers Internet verschicken, brauchen Sie natürlich ein professionelles Antivirenprogramm. Für nur 25 Euro sind Sie auf der sicheren Seite. Die Installation geht meistens schnell und problemlos. Eine gute Firewall darf jetzt natürlich auch nicht fehlen. Achso, Sie wissen nicht, was das ist? Keine Sorge, einfach bei der Computer-Hotline beraten lassen. Für nur 99 Cent pro Minute. Nach dem kurzen Beratungsgespräch entscheiden Sie sich besser für die sichere Ausführung. Ein Schnäppchen. Nur 37 Euro. Vergessen Sie jetzt aber auf keinen Fall Ihr Antivirenprogramm noch einmal auf den neuesten Stand zu bringen. Ihren Browser und alle Erweiterungen für Ihren Browser sollten Sie auch aktualisieren. Und nicht die Firewall vergessen. Das dauert in der Regel nur wenige Stunden. Und schon kann's losgehen. Ups, Sie haben die sechsstellige PIN vergessen. Macht nichts. Beim Bürgeramt bekommen Sie jederzeit eine neue PIN. Für nur 6 Euro. Geschafft. Sie sind drin. Oh nein. Ihr Betriebssystem hat eine Sicherheitslücke. Und jemand hat Ihre Identität gestohlen. Keine Panik. Lassen Sie den Ausweis einfach sperren. Und laden Sie sich die Updates für Ihr Betriebssystem herunter. Jetzt müssen Sie nur noch mal kurz beim Bürgeramt vorbeischauen. Ach ja. Vergessen Sie die 10 Euro Gebühr. Fürs Entsperren nicht. Jetzt kann's schon losgehen. Dank dem neuen Perso. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.